Kann das sein, dass Vögel Menschen angreifen, wie zum Beispiel in den Filmen von Alfred Hitchcock? Als Ornithologe bin ich natürlich immer wieder mit Vögeln konfrontiert und da ist es nicht erstaunlich, dass ich auch schon von Vögeln angegriffen worden bin. Zum Beispiel von dieser Vogelart hier, der Küstenseerschwalbe, die ist ein Bordenbrüter im hohen Norden und wenn man unbewusst sich in einer Kolonie dieser Art nähert, dann wird man von den Vögeln ziemlich heftig angegriffen und dann kann es auch sein, dass sie wirklich mit dem Schnabel auch den Kopf berühren und das kann sehr unangenehm sein. Auch einmal, wenn ich zum Beispiel von dieser Eule hier angegriffen wurde, das ist eine Sperbereule, die ebenfalls im Taigagürtel, zum Beispiel in Skandinavien brütet und auch da habe ich mich unbewusst einem Nest dieser Art genährt und dann hat die Eule wirklich einen Scheinangriff gemacht und ist nur knapp über meinem Kopf durchgeflogen. Und da muss man etwas aufpassen, weil Eulen können auch richtig angreifen und sie greifen dann immer zuerst die Augen an. Also muss man sehr vorsichtig sein und es haben schon Fotografinnen ihr Augenlicht verloren, weil sie von einer Eule angegriffen worden sind. Also es kommt vor, dass Vögel angreifen in verschiedenen Situationen, aber dass sie das ganz gezielt und koordiniert machen, wie zum Beispiel die Möwen oder die Krähen im Film Die Vögel von Alfred Hitchcock. Das ist eher unwahrscheinlich und gehört ins Kino.